Der Joderclub Maiglöckli Willisau lädt dich zu Konzert und Theater in die Festhalle Willisau. Am nächsten Samstag um 20.30 Uhr und um 20.00 Uhr am Abend und am darauffolgenden Mittwoch ebenfalls um 20.00 Uhr. Der erste Teil beschreitet der Joderclub Maiglöckli unter der Leitung von Sepp Bätig. Am Samstag gibt es Tanz bis in die Morgenstunde mit dem Echo des Bieneswalds von Schöpfen. Im zweiten Teil erwartet es ins Lustspiel in zwei Jagden von Carmelo Pesenti «Bauersucht – Keine Frau». Die Regie führt «Kette mehr». Natürlich gibt es eine grosse Saltombola. Schon jetzt viel Vergnügen. Jetzt findet ihr die Geltung an, aber das ist coitert. Sie ist vermutet, dass sie von den Rucksackplänen sind. Und was die Geltung an, viele Leute kommen zum Beispiel zum Beispiel von Schöpfen. Sie haben ja auch das hier in Schöpfen. Sie haben ja auch das hier mit dem Eingang der Reichterstelle aufgesagt. Vier ist die Rupport, der die Kette weighs hierher und das hier wiederum.